Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zum neuen unnützen Wissen. Das Ganze wurde jetzt ein wenig aufgepeppt und zwar mit den Grafiken. Die stammt von Elnerdo, Link ist in der Videobeschreibung. Dem einen oder anderen sagt der Kollege schon was, aber wir fangen jetzt an mit dem neuen unnützen Wissen. Die Amerikaner essen pro Tag im Durchschnitt etwa 73.000 Quadratmeter Pizza. Alter Finne. Im US-Bundesstaat Colorado ist es verboten auf öffentlichen Plätzen zu singen, wenn sie nur mit Badekleidung bekleidet sind. Tipp vom Commander Krieger, singt einfach nackt. Supermärkte sind in der Regel so gebaut, dass man vom Eingang zur Kasse eine Linkskurve läuft. Wenn ich jetzt um meine Supermärkte mir vor Augen führe, stimmt das. Inuit definieren die Kälte der Nacht über die Anzahl der Hunde, die nötig sind, um warm zu bleiben. Beispiel, ich brauche 14 Hunde, gleich minus 13 Grad. Es gibt eine Krankheit mit dem Namen Playstation Palma Hydradenitis. Der Inhalt einer Frauenhattasche ist im Durchschnitt 848 Euro wert, wobei das teuerste Stück das Handy ist. Frauen, die nach Kanada einreisen wollen, um dort als Stripperin zu arbeiten, müssen Nacktfotos vorlegen, um ein Visa zu bekommen. Das finde ich doch mal sozial. Der Bugatti Veyron, das am stärksten motorisierteste Serienfahrzeug der Welt mit 1001 PS, verbraucht bei Vollgas von 407 kmh innerhalb von 12 Minuten eine komplette Tankfüllung und diese beträgt 100 Liter. Eine Frau verbringt während ihres gesamten Lebens im Durchschnitt 74 Tage mit der Hand in der Handtasche, während sie nachher versucht. Es leben mehr Hühner auf der Welt als Menschen. In Italien ist es gesetzlich verboten, Kühe zu überfahren. Sehr nett für die Kühe. Die meisten Handygespräche werden aus Entfernung unter 50 Metern geführt. Kennt ihr das? In den USA sind 9 Milligramm Rattenkot pro Kilo Weizen erlaubt. In Deutschland und Österreich werden täglich rund 300 Tonnen Döner produziert. Katharina die Große verordnete gegen Schlaflosigkeit sechsmal täglich Geschlechtsverkehr. In North Dakota ist es verboten, in den Schuhen einzuschlafen. Woher dieser Fakt wohl kommt? Schreibt's in die Kommentare. Der gesamte bekannte Goldvorrat der Erde entspricht einem Würfel von 26 Metern Kantenlänge. Walt Disney, der Erfinder von Mickey Mouse, hatte Angst vor Mäusen. Bud Spencer hat die Einwegzahnbürste erfunden. Nach EU-Richtlinien dürfen Rolltreiben maximal 3 kmh schnell fahren. Wenn man ein Blatt Papier theoretisch 42 mal falten könnte, entspräche seine Dicke die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Das war das neue Runde zu wissen. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt's mir auf jeden Fall in die Kommentare auch, welches euer Lieblingsfakt war. Und ich bedanke mich nochmal herzlich bei Erno, dass er das so wunderschön gezeichnet hat. Und ich bin jetzt raus mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.